Da renne ich mal und spreng das Vieh in die Luft. Ich spreng das Vieh jetzt in die Luft. Ich werde nämlich hier drauf zielen, wenn es da... Achtung, Achtung, kommt noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das ist tot. Credits. Das war natürlich strategisch gut. Dass ich das Vieh so erledigt habe, war natürlich strategisch sehr gut. Dass ich das Ding erledigt habe, hier gibt es nichts. Da kann ich auch nichts öffnen. Hier ist noch eine Kiste. Hier liegt noch was schönes. Text-Lock, ok. Könnte man sich durchlesen. Könnte man sich durchlesen.